Einspannen, einatmen und eins, zwei, drei, vier. Und bis du dann merkst, oh gut, das halte ich jetzt die letzten Minuten durch vom Training, das schaffe ich, ich schwitze jetzt und dann setze ich Stopp. Hallo und herzlich willkommen meine lieben Zuschauer zu einem weiteren Teil unseres heutigen Brancheninterviews hier bei EBN Network, Unternehmen aus ihrer Region stellen sich vor. Fitness, das ist heute unser Thema und wir sind zu Gast bei Christina Face2Face Fitness hier in Lübeck, dem einzigen Fitnessstudio, welches hier in Lübeck die Elektromuskelstimulation anbietet. Und die Inhaberin, Christina Dehn, darf ich recht herzlich begrüßen. Hallo Christina. Hallo Thomas. Ja, und in diesem Teil möchten wir Ihnen, liebe Zuschauer, zeigen, dass auch das Fitnessstudio zu Ihnen nach Hause kommen kann. Und zwar mit der Elektromuskelstimulation. Wie das funktioniert, Christina, das haben wir ja den Zuschauern vorhin im Interview schon erklärt. Aber du gehst tatsächlich mit diesem Koffer aufreisen und das ist ein komplettes Fitnessstudio. Ja, genau. Wir haben in diesem Koffer enthalten ist die Funktionswäsche, die bestimmte. Natürlich weiß man die Größe dann schon vom Kunden und packt es dann dementsprechend ein. Dann auch gibt es ja verschiedene Westen in den verschiedenen Größen, die die Kunden brauchen. Es gibt ja keine Einheitsgrößen, das wäre ja auch schlecht. Die könnten es manche Kunden nicht benutzen. Und die Weste ist natürlich mit dabei. Dann haben wir natürlich auch noch die ganzen Elektroden, wie Po-Elektroden, Beinelektroden. Hier drin befindet sich das Herzstück, worüber wir schon gesprochen haben im vorigen Interview. Dann natürlich auch die Sprühflaschen, um die Elektroden alle anzufeuchten. Ja, dann hätten wir eigentlich den ganzen Koffer zusammengestellt. Ja, Christina, für wen ist denn dieses Training zu Hause, dieses Hometraining eigentlich genau das Richtige? Wen sprichst du damit genau an? Also eigentlich alle Kunden von jung bis alt, ob sie nun gar keine Probleme haben mit dem Rücken oder sowas. Man kann natürlich immer vorbeugen, dann natürlich Leute, die Rückenprobleme haben, um die Rückenmuskulatur wieder zu stärken. Und natürlich auch das Thema Inkontinenz, Beckenbodenmuskulatur sind natürlich schon viele Erfolge gefeiert worden. Dann ist es natürlich für Frauen, die natürlich das Problem haben mit Stoffwechsel und Cellulite-Problemen. Die trauen sich dann natürlich auch manchmal nicht ins Fitnessstudio und die möchten es lieber private haben. Da fährt man dann natürlich auch hin und zeigt ihnen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und dass man eigentlich Hilfe mitbringt. Und dann natürlich auch noch für Menschen, die nicht mobil sind, die das Problem haben, hierher zu kommen und halt weiter weg wohnen. Und da werde ich dann halt mobil und fahre zu denen. Ja, wirklich ein ganz toller Service, den du deinen Kunden anbietest, Christina. Das Fitnessstudio kommt praktisch zu mir nach Hause. Und ich darf mich auch erstmal bedanken bei dir bis hierher. Wir unterhalten uns ja später noch weiter. Und meine lieben Zuschauer, wenn Sie auch mal die Elektromuskelstimulation bei sich zu Hause ausprobieren möchten, dann melden Sie sich einfach hier bei Christina Face-to-Face Fitness in Lübeck. Die Kontaktdaten dazu sehen Sie jetzt hier unten nochmal eingeblendet. Oder Sie bleiben am besten gleich bei uns, denn wir zeigen Ihnen natürlich auch noch, wie diese Elektromuskelstimulation genau funktioniert. Denn wir waren mit unseren Kameras mal bei einer kompletten Trainingseinheit dabei. Das können Sie sich auch zusammengefasst anschauen auf dem YouTube-Channel von Face-to-Face hier in Lübeck. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 12. Vielen Dank.